Hallo und herzlich Willkommen bei RedDogGamble. Wir wollen das Spiel das Stacking Game spielen. Das kennt, glaube ich, jeder vielleicht unter Namen. Wie heißt das? Jenga? Jenga. Ich glaube, Jenga hieß das. Ich glaube, das Spiel kennt jeder. Kursanleitung dafür braucht man ja eigentlich nicht. Das ist, man hat halt hier so ein Stapel, den stellt man hin. Ich habe den jetzt zwar falsch herum hingestellt, aber so, dann steht er auf dem Tisch, der stabiler ist wie der hier. Deswegen müssen wir gleich aufpassen, wie wir auf dem Tisch nicht stabilen berühren. Und man darf ja immer nur, oder man muss immer ein Stäbchen rausziehen. Ich sage jetzt mal einfach, der hier und dann hier um rauflegen. Und bei dem, bei dem es umfällt, der hat verloren. Das ist eigentlich Sinn des Spiels. Da gibt es noch eine Spielregel, die wird manchmal gespielt, manchmal nicht. Von wegen, wer den ersten berührt. Also ich darf so gucken. Ja, wenn ich den jetzt berühre, muss ich den rausziehen. Das ist die schwere Variante. Aber ich denke mal, wir spielen, wir tippen hier überall rum, bis einer rauspasst und dann spielen wir das so, oder? Genau. Ja, das ist das Spiel. Spielanleitung ist ja weniger, wie bei Memory auch. Gut, jetzt mache ich Weitwinkel. Das war die Erklärung zum Spiel. Ach, das hat die Anleitung drunter. Da. Okay. Dann bis gleich. Bye-bye. Tschüss.